An die smarteste Community auf YouTube, herzlichst willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ein wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Best-of. Gestern ist das 4x85 Plus Player Pick Pack SPC-Ding da, links da, booms da rausgekommen. Und das kam ja letzte Woche schon raus. Wir haben aber allerdings letzte Woche zu den 2x86 Plus Packs ein Video gemacht. Deswegen machen wir das heute mal andersrum und gucken mal, was ist denn besser? 6x86 Plus mal 2 oder 85 Plus Player Pick? Ich hätt mir das gerne in die Kommentare, weil ich persönlich kann mich nicht wirklich entscheiden. Musst du vielleicht allerdings sagen, vielleicht sind dann doch die 2x86 Pluser gut oder beziehungsweise besser, weil du halt einfach zwei Spieler bekommst und die beiden SPCs halt gleich viel kosten. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Jungs, ich bedanke mich erstmal für euren Support. Gestern ist es extrem abgegangen, deswegen ganz viel Liebe geht raus an jeden Einzelnen. Wenn du Lust und Laune hast, würde ich mich persönlich natürlich auch riesig freuen, wenn du einfach einen Daumen nach oben da lässt. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich hab's ja gestern schon mal erwähnt. 40% oder 50% der Leute, also du da draußen, vielleicht guck das Video an. und du hast noch nicht mal den Kanal abonniert. Das kannst du nämlich komplett kostenlos tun. Ich würde mich riesig freuen. Dann können wir gemeinsam den Weg gehen zu 300.000 Abonnenten dieses Jahr. Das wäre sensationell. Ich würde mich riesig freuen. Ganz viel Liebe geht an dich raus. Fühl dich gedrückt. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Let's go. Letzte Woche kamen sie schon raus. Die 1 von 4 Goldschwerer 85 Plus Packs. Die haben wir aber als Video gar nicht gebracht, weil wir so viel Content hatten. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir uns gleich in 2x86 Plus an jetzt auch mal das Video zu den 85 Plus Player Picks bringen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche ganz viel Erfolg. Der Kostenpunkt müsste, glaube ich, ungefähr genauso sein, wie das 86 Plus Doppel-Upgrade. Oder vielleicht sogar noch ein Stück weit günstiger. Das werde ich euch gleich sagen. Wir ziehen auf jeden Fall mit neuer erstmal 90er Karte, was auf jeden Fall in Ordnung geht. Wenn ich das jetzt so für mich persönlich entscheiden müsste. Um euch ganz kurz noch drauf hinzuweisen. Ihr braucht die Kostenpunkte. 85er, 8,2. Na, jetzt haben wir 8,5. 86er kosten 15,5. 87er, 21k. 88er, 29k. 89er kosten 37k. 90er, 45, 91, 55, 92, 69. Damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Let's go. So, Nummer 2. Wir sehen den ersten Käpt'n. Und das wird Tadich werden. Ja, gute Quote. Aus zwei, ein Käpt'n. Wenn das so weitergeht, bin ich zufrieden. Da sehen wir ja noch einige. Let's go. Timix, ich wünsche dir viel Erfolg beim dritten. Den wir sehen. Und wir ziehen Co-Man und Ward Bros. Okay, die sehen gut aus. Ward Bros, zweiter Käpt'n. Würde das hier eine Käpt'n Flut werden, ist die große Frage. Ward Bros ist big. GG. Wir sind beim vierten angekommen. Also laut Foodpin ungefähr gleicher Preis wie Doppel 86 Plus. Die Frage ist halt, das könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare mal schreiben. Wer würde sich mehr lohnen? Zweimal 86 Plus oder geht man dann doch eher auf die Spielerwahl? Das ist jetzt unser Vierter. Und wir sehen Lukaku als 88er. Ich habe euch ja die Preise genannt, ne? Wenn du halt sagst, du willst unbedingt plus machen, brauchst du halt schon den 91er. Das ist schon übel, meiner Meinung nach, vom Preis her. Weiß ich jetzt auch nicht. Klar, durch die Picks sind da vielleicht ganz cool zu aircraft, ne? Das haben wir ja auch gemacht. Aber schwierig. Echt schwierig. Okay, der Mann hat zwei Stück gemacht. Also wir haben es gerade schon im Chat besprochen. Irgendwie scheint er schon ziemlich teuer zu sein. Bei 50k. Du brauchst halt ein 91er, um rauszukommen. Gut, mit Ward Bros, der nächste Käpt'n. Du hast halt die Auswahl. Kannst halt jetzt natürlich den teuersten nehmen, aber schwierig. Ich meine, im Endeffekt, im Fünften haben wir jetzt den dritten Käpt'n. Das ist schon nice. Und die Karte kostet ja auch über 50k, Ward Bros. Ich glaube, der liegt bei 60k. Das ist schon Win. Aber ich weiß nicht. Aber gut, Van Dijk. Aber Van Dijk ist halt auch kein 91er, ne? Der kostet eine 40k. Und selbst der Van Dijk wäre halt ein Minusgeschäft. Also der 85 plus Big. 81er Team hätte es vielleicht auch getan, oder? Was sagt ihr? Weil da hätten wir wenigstens 880er noch ziehen müssen. Es wird geschüttelt. Es wird gerührt. Der siebte Player-Pick steht an. Ab, was ich sagen, gesagt. Und... Ja. Und das ist ein ganz, 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 ganz bodenloser Pick. Weil damit machst du halt safe über die Hälfte Minus. Hilfe. Das tut mir leid. Dem Maldini habe ich ihm sogar gezogen. Reiner Keimung mit 2,85 plus Picks. Hando wäre für ihn ganz geil. Wir starten erst mal rein mit dem Kimmich. 89er Rating. Und am Ende werden wir was sehen. Komm, 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 komm. 88er Suarez. Schwierig. Das Einzige, was ich jetzt, wo ich sage, das ist positiv. Wenn du halt viele Player-Picks machst und 83er, 84er ziehst, die du sowieso nirgends abgeben kannst, kannst du die natürlich dort abgeben, um halt 2,86 plus, einen 85 plus Player-Pick oder sonst was zu bekommen. Weil halt sonst die 83er, 84er aktuell vielleicht nicht so nützlich sind. Wenn du halt Pepe, Terrier oder wein auch immer schon gemacht hast. Komm, wir haben Nummer 10. Wir sind zweistellig, aber die Captains lassen sich gerade sehen. Nicht sehen. So rum eher. Casemiro. Controller wird angesteckt, wenn das. Gar kein Problem. Vielleicht, wenn ich den Controller anstecke, lade ich auch das Pack-Lack bei ihm jetzt auf. Ja, ein Van Dijk, immerhin. Immerhin ein 89er Van Dijk. Ist gut für ein 89er, als mit dem von Vieira. So. Komm. Gönne jetzt im Zweiten. Ich habe meine Controller angesteckt, deswegen... Ja, also das hilft auf jeden Fall nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Goretzka. Ah. Gehen nur die Captain Heroes kann man hier aus diesen Picks ziehen. Vielleicht zeigt das ja jetzt. Modric im 13. Naja, man kennt es halt. 13, ne? 13 Unglücksteil. Vielleicht im 14. nochmal besser. Stones. Und Müller. Musst halt trotzdem wahrscheinlich Müller nehmen, weil Stones halt auch gar nichts wert ist, ne? Schwierig. 2 mal 87er ist halt ordentlich minus. Ja. R&B, gut. Safe. Der Mann hat gestern in dem 2 mal 86 Plus Pack Coal gezogen. Captain Hero. Internet verdient er nicht ganz so gut und jetzt sehen wir hier leider Gottesdorn, Suarez und Lurie. Pixel, äh... Ist auf jeden Fall. Pixel Salad ist auf jeden Fall da. Aber auch das war wieder nicht gut und rentabel. Durch, dass das Totland steht, ihr 90 Tage Zeit habt, kriegt man halt solche Icon-SPCs sehr gut gemacht. Nummer 16 übrigens Sterling. Oder Bui Go. Ah, wie nimmst du das? Ist halt die Frage. Gehst du auch wirklich auf Informrating oder normales Rating? Ja, geht auf 88er. Let's go. Numero 17. Ach, die Captains lassen zu wünschen übrig, ne? Die kommen nicht mehr. Am Anfang war es sehr, sehr stark. Da hat man eine super Quote, was die Captains angeht. Aber jetzt, äh... Da fehlt mir einiges. Bin ich ehrlich mit euch. Da fehlt mir einiges. Nummer 18. Gönne! Erling! Haaland! Leider nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr mit BVB-Wappen. Bruno Fernandes ist am Start. Ach, echt schade mit Haaland, muss man sagen. Ich denke, der funktioniert gerade bei City richtig gut. Kaktus-Slice, sag ich. Nummer 19 und 20. Der Mann hat zwei gemacht. Wird er belohnt. Projata. Innenverteidiger. Hertha BSC 87. Tempo 94. Physis. Was für krankes Sätze. Die kostet halt gefühlt gar nichts, ne? Das ist so der Wahnsinn dieser Markt. Und noch eine Special Card mit Stones. Ich würde eher mit Lurie gehen. Stones wird nichts wert sein. 3-4 spielst du meiner Meinung nach halt eigentlich nicht. 87er Lurie kann es halt abgeben. Okay, aber er nimmt trotzdem. Es sieht halt gut aus. Zwei Smash-Karten zu ziehen sieht einfach gut aus. Let's go. Weiß man ja nie, die Beweggründe. Numero 1 und 2. Was? Oh mein Gott, du hast den Checkpot. Du hast den besten Innenverteidiger im Spiel gezogen. Ich sag's euch so, wie es ist. Das wird und bleibt der beste Innenverteidiger im ganzen Spiel, sag ich persönlich. Diese Karte, diese normale Hero-Karte ist schon geisteskrank. Oh mein Gott, einfach den Kolo mal rausgeholt. Ich komm gar nicht klar. Ach, du Heilige. Dann ist auch egal, was du hier ziehst. Ich sag dir, wie es ist. Du musst ihn spielen. Glaub mir, du musst diese Karte zu 1000% spielen. Hilfe, was ein kranker Pull. Dickes GG. Komm schon, Nummer 23 und 24. Hier 85er. Dann hast du einmal den Kordoba vor uns und dann hast du jetzt hier den Pickford und nur 85er. Bodenlos. Komm schon. Vielleicht im zweiten Mehrlack? Ja, Pellegrini. Ist auch nicht viel wert, aber ein Käptnis, ein Käptner EA dreht die Leitung auf. Let's go. Nummer 25. Gönne. Er hat einfach alles schon im Verein. Pellegrini, du musst auch mal dein Futter abgeben. Du kannst dich das ganze Jahr überall behalten. Aber das ist halt definitiv nicht gut. Schade. Ja, das wusste ich doch. Und ein Transferplatz noch übrig. Besser geht's ja gar nicht für ein Action. Rexier. Also Rexier, du schüttelst ganz schön viel. Denk dran, die Manners, die jetzt aus den Packs kommen, die müssen dann auch noch für dich spielen, hoffentlich. 93er Benzema. Es hat sich gelohnt, das Schütteln. Das ist gut. Den sehen wir zum ersten Mal. Kostet zwar jetzt nicht goldübelst viel, aber du machst auf jeden Fall Win. Und es ist eine geile Karte. Benzema, ich sag euch eins, wie es ist. Ballon d'Or gewinner nächstes Jahr. Ich sag's euch, wie es ist. Nummer 27. Gönne die Captains. Ah je. Hey, auf Ansage das Ding. EA macht die Leitung halt grad wirklich auf. Krass. Nummer 28. Komm schon. Bruno. Bruno Fernandes. Ah, da geht mehr, da geht mehr. Ich würde eher erst mal mit Alexandro gehen. Auf Soundcloud ist es keine. Thomas, gib mal Ausrufezeichen Mixer ein. M-I-X-E. Und Nummer 29. Gerade hinter das hat er schon bekommen. Aus den 81 Plus Picks. Hier wird es leider Gottesdose Juarez. Aber guckt euch mal die 81 Plus Picks an. Die waren richtig, richtig gut. Hilfe. Okay, gehen wir rein mit Nummer 30. Und dann hat er sogar noch den 31er am Start. Und wir sehen zum allerersten mal Lionel Messi. Hey, es ist cool, den Messi Erstbesitzer zu ziehen. Es ist auch super cool, SPC-Potor zu ziehen, was mittlerweile Messi ist. Wie auch ein 70 K. Das kannst du keinem erzählen. Aber jetzt noch ein Ronaldo. Wäre absolut insane. Schade. Aber den World Bros. Das sind zwei sehr gute Picks. GG. Nummer 32. Rodi Alba bodenlos. Sind wir ehrlich? Das ist not good gewesen. Jetzt aber im zweiten. Komm schon. Gönne. Nee, das soll wenigstens noch. Immerhin, Jungs. Immerhin. Aber er entscheidet sich für Lukaku. Komm schon. Nummer 34. Gönne. Er hat nur 14 K auf der Uhr und kriegt zumindest den 91er in der Bräune. Damit ist er im Plus. Der Wahnsinn. Dickes GG. Hype in den Chat. Nummer 35 und 36. Wann sehen wir die nächste Hero-Karte? Oder Hero-Captains-Karte? De Bruyne erstmal sehr positiv. Ne? 91er. Du bist im Plus. Die Frage ist, was ist im zweiten drin? Im zweiten wünsche ich mir jetzt noch eine kleine Special-Karte für dich. Egal welche. Es wird eine Special-Karte. Es wird Kostic. Der Held aus Barcelona-Männer. Der Held aus Barcelona. Er entscheidet sich aber für Rating. Wir gehen rein mit Peck. Pick Nummer 37 und 38 und wir sehen zum allerersten Mal Delikt-Inform. 87er Rating. Oder er nimmt Navas mit. Ja, Delikte sind auch gut für eigene SBCs, ne? Komm schon. Vielleicht hast du Glück und du siehst auch mal eine Captains-Karte jetzt als zweite Special-Karte. Das würde ich dir zumindestens extrem, extrem gönnen. Komm schon. Gönne. Yay, bitte. Ja, es wird eine Special-Karte. Es wird Borigo und Erling Holland Abfahrt. Ich darf das Erste machen, Champion. Come on. Vielleicht gibt es ja die magischen Svexie-Finger jetzt wieder. Komm schon, ihr Könne. Ah, du entscheidest, wen du nimmst. Aber, hey, zumindest den Held von Barcelona gezogen. 88er ist auch okay. Kostic hat halt zwei Steine auf Fuß, drei Steine ist halt nicht so geil, ne? Muss man sagen. Außer man hat halt das Ding gefühlt ohne Ende. Das Spiel. Dann kann man ruhig mitnehmen. Nur das Zweite. Mal gucken, wer unsere Pack-Twelle jetzt gewinnt. Ich hatte 88er und 87er. Come on. Und? 88er. Aber du hast kein 87er. Ich habe gewonnen. Ich bin der Beste. Let's go. Nummer 41. Wir gehen rein mit... Oh Gott. halbwegs noch. Eigentlich gerettet kann man nicht wirklich sagen mit Müller. Aber, ja, ist halt nicht so stark. Hat nicht so stark angefangen, der Pick. Muss man ganz ehrlich sagen. Schade. 42. Können jetzt endlich die Captains. Ja, oh. Pellegrini und Barella. Und das ist die Qual der Wahl, ne? Kosten beide zwar nicht viel, aber ich glaube, mit Barella hast du wirklich einen größeren Impact als mit Pellegrini. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Die Barella ist anders wild. Komm schon. 43. Gönne, je. Oh, krankes Rating. 2,88er und der Harry Kane als 90er. Das ist solide. Den nimmst du mit. Nummer 44. MQ hatte ich schon zufälligerweise gerade eben Gehörfe gehabt. MQ. Da musst du jetzt nicht mal gedulden müssen, mein Lieber. Aber mit dem Handanovic bist du natürlich gut dabei im 44. Ja. Das ist doch nice. Also Handanovic ist echt Spick. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, die Karte spielt sich echt nicht schlecht. Let's go. Er hat aus Versehen schon aufgemacht. Ist doch kein Problem. Handanovic haben wir trotzdem gesehen. Ich denke, damit kannst du auch sehr zufrieden sein. GG. Numero 45. Sehen wir die nächste Käpt'n. Überschne Straße. Diese andere Straße, Jungs. 88er Lukaku. Keiner. Nimmt mal mit. Die letzten fünf stehen jetzt mittlerweile an aus dem Best-Hop. Wir ziehen erstmal beim ersten Di Maria. Ach, komm schon. Di Maria, da muss mehr gehen, Jungs. Da muss mehr gehen. Ich warte, ich versuche, ich versuche irgendwie magische Finger rüber zu schieben oder sonstiges. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Komm schon. Ja, schüttel noch, mach alles. Nummer 8. Ja, okay. Ja, weil du geskippt hast. Sollen Sets funktionieren. Ach, Bodenlos leider bei dir. Wie gesagt, wenn das Prime-Pack da ist, abfahrt, ne? Schick, lad mich einfach ein, Jungs. Wir gehen rein mit dem 48. Schritt letztes. Rein da. Komm schon. Könnte die Koloba. Ah, Lukaku. Ah, 88. Hype in den Chat. Jonti hat noch das zweite gemacht. Nachdem man den Bräune hatte im ersten. Käpt'n. Kommt im zweiten. Tarnic. Käpt'n. Und das im vorletzten. Es endet vielleicht sogar ganz gut, das Video. Komm on. Okay, gehen wir rein ins letzte, ins 50. mit einem Video. Das allererste Video, glaube ich auch heute. Komm on, guck mal rein, was ist drinne. Es wird nochmal ein Handanovic, der sehr, sehr cool ist. Dig, es geht hier an dich. Im Endeffekt muss man halt wirklich schauen, was ist besser? 85 plus Pick oder dann doch eher das zwei Seite 86 plus Goldspieler-Pack? Das ist die große Frage. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, lasst einen Daumen nach oben, lasst ja gerne noch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein. Und ciao, Ciao, Couscous. Couscous.